Es ist passiert, Lars, die Eintracht hat nach ein paar siegreichen Wochen mal wieder verloren. 0-1 auf Schalke. Ist jetzt alles schlecht? Kann man jetzt den Klassenerhalt wieder vergessen? Muss man mit dem Träumen aufhören? Oder wie ordnest du die ganze Geschichte des Wochenendes ein? Leo, hör mal auf zu spinnen. Es musste ja irgendwann wieder passieren. Es war nicht davon auszugehen, dass diese Mannschaft jetzt durch die komplette Rückrunde pflügt und jedes Spiel gewinnt, auch wenn das so nach diesem Vier-Spiele-Lauf, der, glaube ich, den einen oder anderen schon von Größerem träumen lassen hat, so wirkte. Aber ich glaube, ich habe es auch geschrieben, zwei Spiele gegen Schalke, daraus drei Punkte. Das hätte vor der Saison wahrscheinlich der ein oder andere auch unterschrieben. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja häufig so, dass dann in schlechten Phasen alles extrem schlecht wird, in guten Phasen alles extrem gut und dieses graue Rauschen in der Mitte halt so oft weggeht. Aber diese Niederlage am Samstag, die war ja keine krachende Niederlage. Sie war keine hohe Niederlage. Sie war, ich glaube, einfach eine ganz normale Niederlage. Schalke ein bisschen mehr individuelle Qualität. Braunschweig nicht den Punch gehabt der letzten Wochen. Und vielleicht haben sich die Gegner mittlerweile wirklich deutlich besser auf das Eintracht-Umschaltspiel eingestellt. Oder wie würdest du es bewerten? Vielleicht tut es ein bisschen weh, weil es selten eine größere Chance gab, auf Schalke zu gewinnen. So die lagen am Boden. Das Publikum war unruhig. Aber das Spiel hatte dann ja gar nichts von dieser vorher reingeredeten Brisanz. Das war eher so, dass beide nicht so richtig konnten, nicht so richtig wollten und eher vorsichtig agiert haben. Und dann hat halt ein Fehler dieses Spiel entschieden. Ja, also Eintracht war da auf Augenhöhe. Kann man nicht anders sagen. Hätte auch Chancen auf den Sieg gehabt. Ein paar Ansätze waren ja auf jeden Fall da. Von daher sollte man das jetzt nicht in Schutt und Asche reden, was da passiert ist. Das ist alles irgendwie im Rahmen. Und es war ja klar, wie du gesagt hast, dass das irgendwann auch mal wieder eine Niederlage stehen muss. Sonst wäre es irgendwann auch spooky geworden, oder? Ein bisschen unheimlich konnte es einem zwischendrin schon werden. Ja, das stimmt. Aber die Ausgangslage, die hat sich ja jetzt durch die Patzer der Konkurrenz auch nicht verschlechtert. Das ist immer noch ein Punkt zum rettenden Ufer. Daran war im November nicht unbedingt zu denken. Von daher ist jetzt nicht alles super rosig rund um die Eintracht. Aber ja, schon so, dass man damit leben kann. Und dass es auch ein realistisches Szenario ist, dass wir hier nächstes Jahr auch noch Zweitliga-Fußball sehen. Bist du denn grundsätzlich ein Fan der These, so eine Niederlage kann auch mal gut tun? Nee. Nee, ne? Ich glaube, so Siege, was die für die Kabine, für die Trainingswoche bedeuten, das kann keinen Lerneffekt aufwiegen. Nee, ne? Aber so ein gewisses Erden kommt vielleicht dann doch nochmal, dass man sich wieder darauf fokussiert, was man im Grundsatz machen muss und überhaupt keine Gedanken daran verschwendet, dass man auch vielleicht vorzeitig sich anderen Zielen zuwenden könnte, als diesem einen bis zum Ende des Tages um den Klassenerhalt zu ringen und irgendwie diese Klippe nicht herunterfallen zu müssen. Vielleicht schärft es doch nochmal so ein Stück weit die Sinne, so auch nach dem Motto, es läuft nicht automatisch. Wir müssen immer an unsere 102 Prozent Leistungsfähigkeit kommen, wenn man sich das Ganze so ein bisschen positiv drehen will. Andererseits hätte man Schalke auch einfach schön überholen können. Und so im Hinblick auf die nächsten Gegner, die noch im Februar folgen, ist es schon so ein bisschen ärgerlich, weil jetzt kommt Karlsruhe, die haben, glaube ich, acht Spiele am Stück nicht verloren. Danach St. Pauli. Die haben überhaupt noch nie verloren in dieser Saison. Ja, gefühlt verlieren die eigentlich nur noch gegen Eintracht in Testspielen und letzte Saison in der Liga. Und gegen den HSV haben sie, glaube ich, das Stadtderby verloren. Die haben noch keine Niederlage. DFB-Pokal haben sie verloren. Stimmt. Ach nee, die haben damals, als Eintracht da gewonnen hat, die Woche drauf auch das Stadtderby verloren, so war es, glaube ich. Ja. Dann kommt noch Hertha. Aber, ja, du darfst, glaube ich, in diesem Abstiegskampf nicht zu viele Spiele am Stück verlieren, weil dann geht auch so ein bisschen wieder diese Überzeugung verloren. Dafür spielen die ganzen Teams zu oft auch gegeneinander, die unten drin stecken. Und dann ist es wieder so ein anderes Gefühl, wenn du wieder drei, vier, vielleicht fünf Punkte aufholen musst. Und deswegen werden das, glaube ich, wichtige Wochen für die Eintracht. Ja, aber Anfang Januar hat jetzt auch keiner unbedingt dran geglaubt, dass man Holstein Kiel schlagen kann. Von daher ist vielleicht der Tabellenplatz und das Momentum und der Lauf gar nicht so maßgeblich dafür, sondern vielleicht auch ein bisschen Spielglück, vielleicht auch eine gute Tagesform. Und, ja, so abgesehen von Schalke lief es da ja in letzter Zeit für Braunschweig. Um die Wahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen, in der Klasse zu bleiben, hat die Eintracht im Winter nochmal zugeschlagen. Benni Kessel hat den Peter Vollmann gemacht und am letzten Transfer-Tag noch zwei Leute geholt. Andersson Lokoki von Hertha für links und Hampus Findel fürs defensive Mittelfeld. Ich glaube, er heißt Findel. Findel, muss die Betonung dann noch nach hinten packen. Aber der ist jetzt in Deutschland, also heißt er Findel. Das werden wir ihm einfach so sagen. Das ist also Kessels Findel-Kind. Ja, genau, okay. Haben wir den Satz? Ja, Entschuldigung. Okay. Streich mal raus. Ne, Flo? Okay, machen wir. Ne, machen wir nicht. Wie bewertest du dich denn? Also rund um die Findel-Verpflichtung gab es ja vor allem bei Twitter einen kleinen Hype, möchte man fast sagen. Natürlich hat es auch gepackt so ein Stück weit. Ja, ich war auch so ein bisschen angezündet, weil internationaler Transfer ist eh immer spannend. Du weißt nicht so viel über den Spieler, fängst so ein bisschen an zu graben. Natürlich, also ich bin jetzt nicht auf das Highlight-Video reingefallen, wo irgendwie aus drei Saisons die 20 besten Pässe zusammengeschnitten wurden. Aber ja, nach allem, was man so hört, ist das schon ein Transfer, den man der Eintracht nicht unbedingt hätte zutrauen müssen. Und vielleicht ja ein Spieler, der, wenn er denn schnell ins Laufen kommt, nochmal so die entscheidenden Prozentpunkte für den Klassenerhalt mitbringt. Das wäre wirklich einer, der unter das Label Q fällt, wenn er denn einschlägt. Auf Schalke war er jetzt noch gar nicht dabei, um sich erst einmal einzufinden, was ich nachvollziehen kann. Weil auch der Trainer Scherning jetzt ja auch nach den Siegen in Serien nicht die absolute Not hatte, die Startelf umzubauen, konnte ich sehr gut nachvollziehen. Andererseits, jetzt ist diese Leier erst einmal bis Saisonende begrenzt. Dann gibt es eine Kaufoption beziehungsweise Verpflichtung bei Klassenerhalt. Soll angeblich bei rund 300.000 Euro liegen. Das könnte man schon mal machen, ne? Das klingt nach einem guten Geschäft, zumal der ja auch Europa Conference League gespielt hat. Im Alter ist der, ist noch entwicklungsfähig. Dior Gardens ist ein schwedischer Klub, der eigentlich die letzten Jahre immer oben mitgespielt hat. Ich glaube, für die Meisterschaft hat es jetzt ein paar Jahre nicht gereicht. Aber Top 4 sind die eigentlich immer so, immer mal international vertreten. Also schon eine spannende Geschichte, dadurch, dass der ja, der hat ja da auch relevante Einsatzzeiten gesammelt. Also du kaufst jetzt hier keinen Hinterbänkler aus der Altsvenskan. Und ja, aber natürlich muss man auch ein bisschen Geduld mit ihm, mit ihm haben, würde ich sagen. Auch Daniel Scherning hat uns das gesagt. Der hat nochmal unseren Kollegen Tobi Feuerhahn, der auf Schalke war, angesprochen auf unseren Artikel mit Jan Tauer, der über Findel spricht und sagt, das klingt ja, als hätten wir den nächsten Messi verpflichtet. Aber ich glaube, auch ganz so ist es nicht. Erstmal schön, dass der Trainer auch unsere Texte liest. Aber so dieser ganze Hype, der um Findel gemacht wird von den Fans, vielleicht auch von dem ein oder anderen Beobachter rund um die Eintracht, den finde ich erstmal positiv, weil, ja, die Stimmung rund um den Klub war doch hier vor ein paar Monaten total am Boden. Jetzt schreibt, schreibt da wieder positive Schlagzeilen. Allein weil er, naja, für uns unbekannten Spieler aus Schweden verpflichtet oder verpflichtet. Oder für die meisten unbekannten Spieler, äh, ein Spieler aus Schweden verpflichtet. Ja, genießen, vielleicht nicht zu nah an sich ranlassen, so als Klubmitarbeiter und dann gucken, was der Hampus so kann. Ja, ich finde es auch, man sollte zumindest nicht dagegen arbeiten, gegen so eine öffentliche Wahrnehmung, gegen den Hampus-Hype arbeiten. Lass den hier mal ankommen, vernünftig ankommen, guten Auftritten, dann kann allein der ja nochmal eine Mannschaft mittragen. Also so etwas von vornherein im Keim zu ersticken, finde ich so ein bisschen falscher Ansatz. Die Fallhöhe ist natürlich für ihn jetzt ein bisschen höher. Klar, aber so ist das mit Erwartungen. Also je höher die Erwartungen, desto größer der Enttäuschungspotenzial. Aber ist doch schön, dass die Leute mal wieder Erwartungen haben. Weil wir kommen aus einer Phase, in der überhaupt nichts mehr erwartet wurde. In der eigentlich gesagt wurde, okay, die sind klinisch tot, wann zieht jemand den Stecker an? Und jetzt ist einfach die ganze Geschichte wiederbelebt und mit Positivem konnotiert. Und von daher das Ganze auch mal zulassen, dass man sich über etwas freut. Und diese Transferperiode, das war Benjamin Kessels erste Transferperiode, sind mit dem großen Ziel angetreten, den Kader zu verkleinern. Hat jetzt nicht geklappt. Musste man eigentlich direkt entlassen, oder? Ich glaube, das kann man verschmerzen, dadurch, dass ja, es sind drei Spieler gegangen, die jetzt auch, ja, ich glaube, Charles Canna war mit 24, 25 so der Jüngste. Während mit 31, 32 der Älteste. Dann noch Keita Endo. Ja, bei dem es ja jetzt irgendwie auf keiner Ebene mehr gereicht hat, um irgendwie zu helfen. Und dafür hast du geholt Niklas Tauer, junger Spieler, der auch unter diese DFL-Fördertopfregelung fällt. Also für jede Minute, die er spielt, gibt es anteilig Kohle. 280 bis 300 Euro für jede Einsatzminute, so ungefähr kann man rechnen. Von daher refinanziert er sich im besten Fall selbst. Mainz wird bestimmt auch einen Teil des Gehalts übernehmen. Ja, Findel haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Und dann gab es ja noch einen dritten, ganz kurz vor Tore Schluss, kam Anderson Lukoki. Der auch auf extrem viel Geld verzichten soll. Also, dem das extrem wichtig war, mal wieder zu spielen, von Hertha wegzugehen, um hier jetzt auch mal Fuß zu fassen. Er ist ein, ja, es gab mal diesen Begriff immer Wandervogel. So, einer, der eigentlich jedes Jahr, alle anderthalb Jahre woanders ein neues Nest baut. Aber nie so richtig irgendwo ankommt und dafür soll jetzt Braunschweig der richtige Ort sein. Linksverteidiger, linke Seite. Ich finde das gar nicht verkehrt, weil ich das Gefühl hatte in den letzten Wochen, dass sich vielleicht auch Anton Donko auf der Seite ein Stück weit zu sicher fühlt, oder? So, allein um den Konkurrenzdruck zu erhöhen, finde ich diesen Transfer recht sinnvoll. Ich weiß nicht, ob er sich zu sicher fühlt, aber ich hatte zwischenzeitlich auch so mal das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen überspielt wirkt, weil er ja fast immer die 90 Minuten gehen musste in dieser Saison. Er hat eigentlich, ja, in den ersten 20 Spielen jetzt keinen klaren Backup gehabt, auf den auch gesetzt wurde. Also es gibt natürlich noch Niko Kijewski im Kader. Natürlich auch irgendwie eine traurige Nummer um ihn, dass er so als Eigengewächs jetzt so komplett außen vor ist, nachdem er wirklich viele Jahre lang einiges auch mit der Eintracht mitgemacht hat, aber so die letzte sportliche Entwicklung war dann offensichtlich einfach nicht mehr da. Jens Hertel hat ihn am Anfang der Saison nochmal so als Innenverteidiger eingesetzt, in der Zeit, als Ivanov verletzt war. Und so war es ja fast zwangsläufig, dass Donko da immer spielt, da immer seine Meter machen muss. Und vielleicht schafft er das noch mit seinem offensiven Output, aber so bei den Metern zurück habe ich dann manchmal das Gefühl, dass sich da auch so, ja, dass da so auf Strecke so ein bisschen Substanz verloren gegangen ist und dem einfach ein bisschen Entlastung ganz gut tun würde. Jaja, vielleicht, wenn er auch erst einmal Stammspieler in der ersten Elf bleibt, dass ihm vielleicht mal die letzte Viertelstunde abgenommen wird. Mal sehen, wie schnell Lukoki hier schon reinkommen kann. Also diese Planstelle ist geschlossen. Für wen wird es denn deiner Ansicht nach schwierig jetzt in den letzten Rückrunden spielen? Also wenn man mal so auf die Ersatzbank guckt und auf die Transfers, die jetzt möglicherweise in den Kader rutschen, dann wird es ja mindestens einen zentralen Mittelfeldspieler treffen. Da sitzen aktuell regelmäßig Sebastian Griesbeck, Danilo Wiebe und Jannis Nicolaou auf der Bank. Griesbeck wurde zuletzt häufig nochmal eingewechselt, so als Kopfballbrecher für die letzten Minuten. Ja, als Turm in der Schlacht entweder hinten oder halt vorne jetzt auf Schalke. Also der kann halt sechs und IV spielen und Dreierkette. Gefühlt auf Schalke auch Stürmer. Stürmer auch. Wiebe kann auch die rechte Seite defensiv spielen. Genau, und solange Jan-Hendrik Marx verletzt ist, ist er da wahrscheinlich dann der Backup, wenn nicht die offensivere Variante mit Mülltaub in Erwägung gezogen wird. Und dann bleibt ja irgendwie der Kapitän. Und das ist ja schon eine Nummer. Also es ist ja noch nichts passiert. Vielleicht täuschen wir uns auch. Aber es kann natürlich sein, dass dann Jannis Nicolaou plötzlich zum Tribünengast wird, weil einfach jetzt in den nächsten Spielen ein Findel in den Kader rutscht, ein Lukoki in den Kader rutscht. Und die anderen Positionen ja auch irgendwie abgebildet werden wollen. So der Angriff. Na klar. Kannst ja jetzt sechs Mitglieds-Spieler auf der Bank haben. So ein Amin kommt wieder zurück. Sané war jetzt wieder im Kader. Also für den Trainer ist es bestimmt gar nicht so schlecht, dass da der Konkurrenzkampf tobt, wie man so schön sagt. Aber für den ein oder anderen Spieler wird es da vielleicht auch noch ein böses Erwachen geben in dieser Rückrunde. Klar. Aber dass jetzt im Winter ausgerechnet zwei zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet wurden, ist natürlich kein Vertrauensbeweis in das bestehende Mittelfeld. Das lässt sich ja faktisch und sachlich so sagen. Niklas Tauer hat jetzt auch das erste Mal Startelf gespielt auf Schalke, hat das vernünftig gemacht, wird bestimmt nicht rausgehen, kann ich mir nicht vorstellen. Und Hampus wird, ist ja nur eine Frage der Zeit, wann er in der Startelf steht. Dann wäre vielleicht Robin Krause der Erste, der rausgeht. Und dann... Aber der hat natürlich jetzt auch viel gespielt. Also der Schritt von Startelf zu Tribüne wäre schon ganz schön krass. Genau, aber ich denke mal, dass... Startelf zu Bank. Genau. Krause auf die Bank rotiert. Und die Kapitänsbinde zu Ermin Bicakcic wandert. Und Hampus ins Mittelfeld gezogen wird. Wer könnte noch Verlierer sein aus deiner Sicht? Tja, Moritz Muldhaub könnte noch Verlierer werden. Allein durch die Konstellation dann der linken Seite. Weil auch Muldhaub, glaube ich, im Kader war, um womöglich Donkor zu ersetzen, wenn er sich mal verletzt oder so. Auch Marvin Rittmüller könnte ja links spielen und dann Muldhaub auf rechts. Also von daher war, glaube ich, Muldhaub vor allem die Alternative für die linke Seite. Und da da jetzt Lukoki da ist, würde ich mir in meiner kleinen 1x1-Rechnung auch zusammenführen, dass es für Muldhaub auch schwer werden würde, wieder in den Kader zu kommen. Gut, die jungen Außenbahnspieler, Amin, Sané, das sind wahrscheinlich so Leute, die nimmst du mal mit, um irgendwie einen Impuls zu setzen. Aber in der aktuellen taktischen Variante gibt es ja diese Außenposition nicht. Für die könnte es dann auch das ein oder andere Mal eng werden, wenn sie nicht woanders sich aufdrängen. Oder es kommt ja häufig vor, dass man auch gegen Ende des Spiels da nochmal umstellt, doch nochmal auf den Flügel aufsetzt. und die beiden oder einen von beiden vielleicht reinbringt, zumal sie beide eben auch in diese DFL-Fördertöpfe fallen. Also auch deren Einsätze werden ansatzweise bezahlt von der DFL. Und auch das ist ein Posten, den die Eintracht auf jeden Fall verbessern will. Das ist klar nach den letzten Gesprächen, die wir so geführt haben. Von daher ist auch das ein Nebenaspekt. Andererseits geht natürlich die Qualität eines Spielers immer über die Möglichkeit, dass der noch ein paar Euro in die Kasse spült. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zumindest einer von Sané und Amin immer auf der Bank sitzen wird, einfach um dieses Dribble-Element eins gegen eins, Schnelligkeit in der letzten Viertelstunde vielleicht mal reinbringen zu können. Und dann wird es für so jemanden dann auch schwierig. Also wird Scherning auch kompliziert. Und es wird wichtig sein, dass er das vernünftig moderiert. Aber ich träume das auf jeden Fall zu, weil er mit seiner Klarheit bisher immer gut angekommen ist, finde ich. Ja, dann hast du noch die wahrscheinlich 50-50-Abwägung Florian Krüger und Luke Ehorst. Ja, die sich ähnlich sind, finde ich, als Spielertypen. Ja, und Krüger ist jetzt wieder fit, war im Kader. Bei Ehorst weiß man immer noch nicht so richtig, was kann der Körper ab? Wobei er jetzt ja auch schon so ein paar Wochen die ganze Zeit dabei ist. Und ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass er auch so ein Kandidat sein könnte, der in der Rückrunde nicht so viel Spielzeit kriegen wird. Karlsruhe, du hast sie eben schon ein Stück weit angesprochen, sind seit ein paar Wochen auf einem guten Weg, in einem guten Lauf. Gegner am Samstag. Hinspiel, klares 0-2, eigentlich Eintracht ohne Chance, auch weil Nikolaou relativ früh einen Platzverweis, meiner Meinung nach einen ungerechtfertigten Platzverweis bekommen hat. Wie blickst du auf die Partie? Kann sich der Eintracht da direkt rehabilitieren? Ich hoffe es mal und ich würde auch sagen, dass das Team da nicht chancenlos ist. Aber Karlsruhe hat natürlich, ich habe es schon angesprochen, einen guten Lauf. Es ist eine sehr offensiv starke Mannschaft. Also vielleicht wird es auch mal so ein Highscoring-Spiel, wo beide Mannschaften dann einfach Tore machen müssen. Und der, der häufiger einschießt, der holt dann halt die Punkte. Also das heißt, du tippst jetzt auf ein 7-5 oder was? Nee, so schlimm jetzt nicht. Aber gegen den HSV war es ja auch ein 4-3 von Karlsruhe. Jetzt haben sie 2-2 gegen Wiesbaden gespielt. Gut, Eintracht in letzter Zeit jetzt auch nicht so. Eintracht hat, glaube ich, seit Anfang Dezember nie mehr als ein Gegentor kassiert. Ja, das wäre doch ein Wort. Aber ich würde sagen, Eintracht gewinnt 3-2. Nehmen wir mit. Ich gehe wie immer auf einen Unentschieden-Tipp und sage 1-1. Schauen wir mal, ob Hampus schon dabei ist. Gehe ich fast von aus. Ich auch. Nächste Woche sprechen wir drüber. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.